Guten Morgen, da sind wir, eure Sonnenaufgangsreporter, Sir James und ich. Und mit einem Gedicht für alle, die von Reisen kommen und für alle, die noch eine Reise vor sich haben, jetzt im Juli, von Nazem Hikmet, einem türkischen Dichter. Das schönste Meer ist das noch nicht Befahrene. Das schönste Kind ist das noch nicht Herangewachsene. Unsere schönsten Tage sind die noch nicht Erlebten. Und das schönste Wort, das ich dir sagen möchte, ist das noch nicht Gesagte. Auf Türkisch klingt das so. En güzel Deniz, henüz gidilmemiş olane dir. En güzel Çocuk, henüz büyüme di. Seid behütet und hier kommt die Sonne für euch. Und jetzt kommt das so. Untertitelung des ZDF, 2020